Smartphones erobern die Welt. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 1,3 Milliarden solcher Computer im Taschenformat verkauft. Und wer wissen will, wohin die Reise geht, der muss dieser Tage nach Barcelona blicken. Der Mobile World Congress dort gilt als wichtigste Messe der Branche. Schneller, dünner, eleganter. Die Hersteller von Smartphones müssen an ihre kreativen Grenzen gehen, um den Kunden zu locken. Weltweit besitzen schon 2 Milliarden Menschen solche Geräte. Der Markt scheint gesättigt. Samsung präsentiert in Barcelona sein neuestes Modell, Galaxy S6 Edge. Eine Funktion, es kann ohne Kabel aufgeladen werden. Und das Display ist an den Seitenkanten nach unten gebogen. So lassen sich an den Rändern Nachrichten oder Kurztexte anzeigen. Generell geht das Geschäft hin zu den sogenannten Wearables, tragbaren Geräten wie zum Beispiel Fitnessbändern. Die chinesische Firma Huawei zeigt eine Hightech-Uhr mit allen Internetfunktionen im Edel-Design. Mit einer anderen Smartwatch von LG und Audi kann man sogar das Auto öffnen und starten. Schöner, neuer Welt. Gleichzeitig gibt der Kunde immer mehr persönliche Daten von sich preis. Das Gefährliche daran ist eher, dass man als Nutzer noch nicht absehen kann, was mit den Daten in ein paar Jahren, vielleicht in ein paar Jahrzehnten passiert. Die sind dann gespeichert und zurückbekommen kann man die nicht. Unsere Welt wird immer vernetzter. Eine spanische Firma präsentiert ein Trikot mit eingebauter Kamera, die live aus der Sicht des Sportlers überträgt. Eine Neuerung, die alle Fußballfans interessieren könnte. Ab nach Barcelona geht es heute bei Nano. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Nicht, weil der Frühling in Spanien schon eine Runde weiter ist, sondern weil dort heute der Mobile World Congress startet. Die wichtigste Handy-Messe der Welt. Die Fachbesucher sollten neben Spanischen vor allem folgende Vokabeln drauf haben. Wearables, Fitness-Tracker, Connected Cars und The Internet of Things. Zusammengefasst heißt das, alles ist mit allem verbunden und die Steuerung schütteln wir uns sozusagen aus dem Handgelenk. Ein Blick in die mobile, vernetzte Zukunft, die schon längst begonnen hat. Fast alle großen Hersteller zeigen hier im Frühjahr, was sie aktuell können. Mit Samsung, HTC und Huawei sind es die asiatischen Hersteller, die kräftig die Werbetrommel rühren. Das Galaxy S6 von Samsung ist aber eines der Messe-Highlights. Und sein Gehäuse aus Glas und Metall hebt sich tatsächlich angenehm von den Vorgängermodellen aus dem gleichen Hause ab. Evolution statt Revolution hingegen bei HTC. Die Koreaner setzen schon länger auf edle Materialien und ein richtungweisendes Design. Das aktuelle HTC One M9 bietet zwar einen schnelleren Prozessor und eine noch höher auflösende Kamera als der Vorgänger. Wirkliche Neuheiten bietet es jedoch nicht. Bauschen-Insider sehen darin ein herstellerübergreifendes Problem. Und haben einen guten Tipp für Sparfüchse. Die Smartphone-Entwicklung hat sich eigentlich eine Sackgasse begeben. Da geht nicht viel mehr. Man versucht ja eigentlich mit Features noch aufzutrumpfen, die man wirklich nicht im täglichen Gebrauch braucht. Also immer mal schauen, was kostet die Vorgängervariante, da kann man eine ganze Menge Geld sparen. Wirkliche Neuheiten sind also aktuell bei Smartphones nicht mehr zu finden. Die Hersteller konzentrieren sich daher auf die Peripherie. Uhren, Armbänder, Schmuck, immer mehr Geräte, die sogenannten Wearables werden smart. Ein spannender Trend, zumal sich die Hersteller beim Design der vernetzten Uhren nun auch an ihren klassischen Vorbildern orientieren. Doch mit den neuen Möglichkeiten wächst auch das Missbrauchspotenzial. Ich kann damit natürlich sehr, sehr detaillierte User-Profile erstellen. Ich gebe laufend, fortlaufend Daten ab, Andritte. Und da muss ich mir dann entweder entsprechend die AGBs durchlesen. Das macht leider heutzutage kaum jemand. Aber man sollte generell davon ausgehen, alles wird irgendwo mitgetrackt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Natürlich, dass in Kombination mit Lokalisierung, mit dem, wie ich mich bewege, welche Musik ich noch höre, welche Webseiten ich besuche, im Grunde genommen sind wir dadurch sehr, sehr gläserne Verbraucher geworden. Und die Vernetzung endet ja nicht bei den Geräten, die wir bei uns tragen. Kühlschränke, Herde oder Klimaanlagen, immer mehr Geräte im Haushalt bekommen einen Internetzugang. Das ist praktisch, da man sie so über das Smartphone auch aus der Ferne steuern kann. Doch auch das birgt Risiken. Das sind Endgeräte, die eine Verbindung ins Internet suchen. Doch auf Geräten wie Smart-DVs oder Smart-Küchengeräten kann man keine Virenschutzsoftware installieren. Es gibt gar keine. Und so ist ein Fall eines intelligenten Kühlschwanks bekannt, der erwiesenermaßen gehackt wurde und an nur einem Tag über 700.000 Spam-E-Mails verschickt hat. Das Internet of Things braucht also dringend Schutz. Die Geräte selbst können diesen Schutz kaum leisten. Das muss eine Ebene höher ansetzen und das komplette Netz zu Hause umfassen. Doch bislang gibt es nur wenige Geräte, die das könnten. Derzeit hinkt die Sicherheitstechnik den aktuellen Möglichkeiten deutlich hinterher. Na hoffen wir, dass die Entwickler der Sicherheitstechnik ordentlich Beine machen. Der Mobilfunkmarkt ist nach wie vor gigantisch und wächst weiter.